Immer wenn man Yeah, Motherfucker Bay sagt, muss ich an Michael denken. Du auch, Schatz? Ja. Und du hast Michael auch geliebt, weil die Schnauze. Ach, hier sind die ganzen. Einen habe ich. Ich muss die hier suchen. So, die beiden habe ich. Noch einer da drinnen. Alter, ich laufe schon wieder. Ich bin schon wieder verbargt. Ah, du bist auch mein Lockhart, das ist schon kurz mit Lockhart. Genau, Tamtam sagst du, genau. Genau. Mein Gott, kann nicht laufen. Connor steht im Weg. So, hier bin ich fertig. Ja, ich kann jetzt eh nichts machen, ich muss mich töten. Füße nicht kriegen. Stopp, die blöde Schlampe. So, was ist das? Oh, da steht im Weg, hallo. Wie kann man nur so ein Ohrensinn sein? Ich werde gleich sterben. Ich werde gleich sterben. Oh, das ist das, Mann. Oh, okay. Oh, okay. What's spending? Ich guck dir oben hin. Ich kann diese Runde nicht. Alter, guck dir das mal an. Das ist halt gestern erst. Das ist vorher noch nie passiert. Ja, was denn? Was soll ich denn falsch machen? Ja, was denn? Was soll ich denn falsch machen? Hallo, kann mich jemand tragen? Ich komme nicht mehr ran. Fokusnuss. Was ist die? Ich will es nur noch einen haben. Ich dachte, den hast du für mich hingeschmissen. Ja, weil du machst es auch immer falsch. Nein, du machst es falsch. Du nimmst immer einen. Das ist alles falsch. ich komme gleich ich bin mit dem mode ja schneller ich bin doch auch eine kokosnuss stopp stopp nicht kaputt machen lass mich die kokosnuss nehmen einfach draufschmeißen fertig schatzu auch komm schnell hier die kokosnuss nehmen und rechtsklick halten hier auf den hier draufschmeißen schnell bevor du kaputt ist hast du geklappt noch mal du hast ihn nicht getroffen ach du bist noch gar nicht so alles klar alles gut schaffst du baumann letzte digga wo sind wir noch hier oben in speeches es wäre geil wenn wir ein auto oder so finden war ja drei stunden und dann bin ich da habe ich ja gar nicht geschlagen du hast bis um elf geschlafen bis um elf je länger so elf ich hab noch drei stunden so lange wach da ist es zufrieden dann ich zeig es Vielen Dank. Er ist nicht da. Was ist das? Keine Ahnung. Was trinkt bitte? Soll ich es wieder ausmachen? Was ist das gut? Wo gehst du wieder so? Ja. Nein. Ich kriege mich an den Fernissen. Ich benutze sie so oft und habe bis jetzt so zweimal den Backer. Rico? Wir halten da ins Restkorrekt. Weißt du was? Was ist denn mit der Premiere? Ist dir nicht aufgefallen, dass ich 10.000 Mal den Link aktualisiert habe? Das ist jedes Mal ein neues Video eigentlich. Ich kriege AXO-Taktik. Schlau, gell? Wer bist du? Die kommt schon an mit Rechtsschreibung jedes Mal dagegen. Weil die nichts mehr hat. Wer? Wo wir letztens drin waren. Rechtsschreibung, das heißt Oh Daddy und nicht Hi Daddy. Hä? Warum? Ja eben. Und die sagt Oh Daddy. Ich muss jetzt wieder oben sagen. Das ist schon so eine richtige Schlaufe, der. Nicht, ich kann noch nichts machen. Ich muss jetzt hier hin und muss die drei Punkte hier abbauen. Einmal hier. Wie lange musst du ohne Schild bleiben? Ja. Da ist die. Man, diese Autosteuerung hier in dem Spiel. wir gehen wir gehen ich habe ihn hier hier Rico hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020